Heute sind wir auf den Wohnmobilstellplatz in Uelsen am Waldbad. Wir zeigen euch mit der Drohne heute die wunderschöne Umgebung und natürlich auch die schöne Stadt Uelsen. Man kann alles wunderbar mit dem Fahrrad aber auch zu Fuß erreichen. Es ist sehr zentral der Stellplatz. Trotz all dem auch abgelegen. Bis zum nächsten Mal. Eine Tennisanlage Ein Ferienpark Ein Ferienpark Ein Ferienpark Auf der einen Seite des Wohnmobilstellplatzes das Hallenbad Und auf der anderen Seite das Freibad Gibt auf diesem Platz 13 Stellplätze und man bezahlt pro Übernachtung 5 Euro. Alle Stellplätze sind ausgepflastert und jeder hat dennoch eine kleine grüne Fläche neben seinem Stellplatz. Der Strom ist direkt hinter dem Fahrzeug und kostet nochmals 50 Cent. Und die 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 das die 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 sind die bezahlstelle für den platz und für strom man kann hier sogar mit karte bezahlen auf der gegenüberliegenden seite eine informationstafel dieser platz liegt sehr ruhig ist sauber und gepflegt auf der gegenüberliegenden straßenseite gibt es sogar eine schmutz wasser entsorgung und eine toiletten entsorgung und natürlich auch eine wasser entnahmestelle so 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 und nun einen kleinen blick in die stadt uelsen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020